Hallo Dino! Hallo Dina! Wie geht es euch? Habt ihr Lust, heute etwas Neues zu lernen? Großartig! Also ihr wisst, was zu tun ist. Drückt das Dino-Rad und wir finden heraus, worüber wir heute etwas lernen werden. Schaut, das Farbenfeld! Mal schauen, was als nächstes hält. Wir spielen mit Lebensmittelfarben. Ich frage mich, wo? Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Wir spielen mit Farben von Lebensmitteln im Park, um Farben zu lernen. Als erstes brauchen wir farbige Lebensmittel. Schaut, ein brauner Hamburger für Dino und ein gelber Maiskolben für Dina. Auf geht's in den Park und mal schauen, welche Farben wir lernen können. Bereit? Ups! Vorsicht, Dino! Seid ihr bereit, eure erste Farbe zu lernen, Dinosaurier? Okay, lass uns das Essensspiel beginnen. Hervorragend, Dino! Du hast den braunen Hamburger auf das braune Feld geworfen. Jetzt bist du an der Reihe, Dina! Gut gemacht, Dina! Du hast den gelben Maiskolben auf das gelbe Feld geworfen. Okay, Leute! Sollen wir weiterspielen? Okay, Dino! Du nimmst den grünen Brokkoli und Dina, du nimmst die orangene Karotte. Was ist los, Dino? Magst du keinen Brokkoli? Du solltest jeden Tag Gemüse essen, Dino! Okay, spielen wir! Gut gemacht, Dino und Dina! Ihr habt heute vier Farben gelernt. Könnt ihr euch erinnern, welche? Das ist richtig, Dina! Ihr habt die Farben braun, gelb und... Ja, Dino! Grün... und orange gelernt! Gut gemacht, alle zusammen! Bis zum nächsten Mal! Wir sehen uns! Hallo, Dino! Hallo, Dina! Wie geht es euch? Habt ihr Lust, heute das Erntedankfest zu feiern? Großartig! Naja, ihr wisst, was zu tun ist. Drückt das Dino-Rad und wir werden sehen, was wir heute lernen werden. Schaut! Es ist das Farbenfeld! Mal schauen, was als nächstes anhält. Wir spielen Football. Ich frage mich, wo? Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Wir spielen ein Erntedankfest-Footballspiel im Park, um etwas über Farben zu lernen. Weißt du, wie man mit einem Football spielt, Dina? Keine Sorge, Dina! Dino kann es dir zeigen. Als erstes brauchen wir unsere Footballs. Schaut! Ein blauer Football für Dino und ein orangener Football für Dina. Auf geht's in den Park! Mal schauen, was für Farben wir heute lernen. Dino wird dir beibringen, wie ein Profi zu schießen. Dino wird dir beibringen, wie ein Profi zu schießen. Jetzt bist du an der Reihe, Dino. Gut gemacht, Dino. Du hast einen blauen Football durch das Feldtor geschossen. Willst du es noch einmal probieren? Das war sehr nett von dir, Dino. Eins, zwei, drei, los! Du hast es geschafft, Dina. Du hast den braunen Football durch das Feldtor geschossen. Dino, Dina. Meint ihr, ihr könnt noch mehr Footballs schießen? Okay, Dino. Du nimmst den grünen Football und Dina, du nimmst den lilanen. Okay, dann spielen wir. Gut gemacht, Dino und Dina. Ihr habt heute fünf Farben gelernt. Wisst ihr noch, welche das waren? Das ist richtig, Dino. Ihr habt die Farben blau, orange, braun und... Ja, Dina. Und grün und lila gelernt. Gut gemacht, alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Habt ein schönes Erntedankfest. Hallo, ihr lieben Dinosaurier. Habt ihr Lust, heute etwas Neues zu lernen? Sehr schön. Dann benutzen wir doch unser Dino-Rad. Ich frage mich, was wir heute lernen werden. Schaut, wir werden heute etwas über Tiere lernen. Luftballon-Tiere. Wie aufregend. Das heißt, wir lernen auch etwas über Farben. Und wir gehen in den Zoo. Also, heute werden wir Tiernamen lernen und Farben mit Ballons im Zoo. Auf geht's. Schaut, hier sind Ballons und eine Luftpumpe. Dino, du fängst an. Dino, du fängst an. Nimm einen Ballon und pumpe ihn mit Luft auf. Okay, Dino. Wie heißt dieses Tier? Und die Farbe? Ja, das ist ein roter Hund. Gut gemacht. Okay, Dina, du bist dran. Nimm einen Ballon. Was für ein Tier ist das? Und was für eine Farbe? Das ist richtig. Das ist ein gelber Vogel. Du bist dran, Dino. Ja, Dino. Das ist eine grüne Katze. Sehr gut. Okay, Dina. Der letzte Ballon. Okay, was ist das für ein Tier und was hat es für eine Farbe? Ja, Dina. Du hast recht. Das ist ein blauer Delfin. Gut gemacht, Freunde. Ich habe eine Überraschung für euch. Ihr könnt jetzt nicht nur wiederholen, was für Tiere und Farben wir gelernt haben. Ihr könnt sie auch zählen. Habt ihr Lust dazu? Perfekt. Ein roter Hund. Ein gelber Vogel. Eine grüne Katze. Ein blauer Delfin. Okay, jetzt zählen wir sie. Eins, zwei, drei und vier. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Wir sehen uns. Guten Abend, Dinosaurier. Wusstet ihr, dass heute eine ganz besondere Nacht ist? Es ist Neujahrsnacht. Und um Mitternacht beginnt ein neues Jahr. Vielleicht hat das Dino Rat für uns heute ja eine ganz besondere Lektion. Sollen wir mal schauen? Wir lernen etwas über die Farben Orange und Grün. Das sind die Farben des diesjährigen Neujahrsfeuerwerks. Und das Feuerwerk wird in der Dinoland Arena zu sehen sein. Wartet mal, Dinosaurier. Es ist noch nicht dunkel genug. Dino, Dina. Wir müssen bis Mitternacht warten, damit das Feuerwerk beginnt. Das dauert noch drei Stunden. Wie wär's, wenn ihr jetzt ein kleines Schläfchen macht? Dann könnt ihr nachher länger aufbleiben. Schöne Träume, Dinosaurier. Jetzt ist es fast Mitternacht. Bald beginnt das Feuerwerk. Dino, Dina, Zeit aufzuwachen. Es ist fast soweit. Frohes neues Jahr! Wow, was für ein wunderschönes orangenes Feuerwerk. Und schaut euch dieses fantastische Grüne an. Was meint ihr, welche Farbe kommt als nächstes? Grün, wie ein Baum. Was meinst du, Dina? Orange, wie gebackene Bohnen. Mal schauen. Dina hat richtig geraten. Das macht Spaß. Noch eine Runde? Okay, glaubst du als nächstes kommt orange oder grün, Dina? Wieder orange? Was meinst du, Dino? Grün. Mal schauen. Es ist grün. Dieses Mal hat Dino richtig geraten. Okay, Dinosaurier. Das Feuerwerk ist fast vorbei. Ihr dürft noch einmal raten. Wer recht hat, gewinnt. Also, welche Farbe hat das letzte Feuerwerk? Dino sagt, es wird orange. Und Dina sagt, es wird grün. Mal schauen, was es sein wird. Ihr habt beide recht, Dinosaurier. Zum Ende des Feuerwerks war eine grüne und eine orange Rakete in der Kanone. Was für eine wundervolle, farbenfrohe Art, um das neue Jahr zu beginnen. Hallo, Dino. Wie geht es dir? Hast du Lust, heute etwas Neues zu lernen? Großartig. Naja, du weißt, was zu tun ist. Drück das Dino-Rad und wir sehen, worüber wir heute etwas lernen werden. Schau, es ist das Farbenfeld. Mal schauen, was als nächstes anhält. Wir feiern den Frauentag. Ich frage mich, wo? Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Wir feiern den Frauentag im Park und werden Farben lernen. Dino, hast du Lust, beim Geschenke einpacken für den Frauentag Farben zu lernen? Als erstes brauchen wir unsere Geschenke. Schau mal. Ein Wickelpapier, eine Schleife und Klebeband. Auf geht's in den Park. Mal schauen, welche Farben wir lernen können. Bereit? Bist du bereit, dein Geschenk einzupacken? Okay, fangen wir an. Dino, tu die braune Schachtel in die Mitte des lilanen Geschenkpapiers. Hervorragend, Dino. Jetzt musst du die braune Box mit dem lilanen Geschenkpapier einpacken. Perfekt, Dino. Jetzt musst du das Geschenk mit dem gelben Klebestreifen zukleben. Und jetzt musst du die rosa Schleife auf dein Geschenk. Klasse, Dino. Du hast ein Geschenk eingepackt. Du hast heute viele Farben gelernt. Weißt du noch, welche das waren? Das ist richtig, Dino. Du hast die Farben lila, braun und gelb und rosa gelernt. Dein Geschenk ist für Dina. Fröhlichen Frauentag, Dina. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Dino. Hallo, Dina. Habt ihr Lust, Himmel und Hölle zu spielen und Zahlen zu lernen? Großartig. Dann fangen wir an. Eins, zwei. Schaut, da ist ein Hindernis. Da müsst ihr rüberhüpfen, Leute. Toll gemacht, Freunde. Ihr müsst ihr euch für die richtige Richtung entscheiden. Die Nummer vier oder das Kreuz. Okay, dann auf zu Nummer vier. Vier und fünf. Wo ist die Nummer sechs? Hey, schaut. Hier ist sie ja. Meint ihr, ihr könnt auf die Nummer sechs springen? Sechs und sieben. Gut gemacht, Leute. Machen wir weiter. Ihr müsst euch hier für die richtige Richtung entscheiden. Das Kreuz. Oder die Nummer acht. Dann auf zu Nummer acht. Acht. Und neun. Der letzte Schritt, meine Freunde. Das schafft ihr. Zehn. Gut gemacht, Dino und Dina. Wollt ihr jetzt zurück zum Start? Wir können alle Zahlen wiederholen. Das war fantastisch. Tschüss, Freunde. Tschüss, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Dino. Wie geht es dir? Hast du Lust, mit uns Murmeln zu spielen? Großartig. Dann fangen wir an. Schau. Eine orangene Murmel. Du musst sie mit einer anderen Murmel treffen. Bist du bereit, Dino? Hier ist eine lilane Murmel. Gut gemacht, Dino. Lass sie uns zählen. Eins. Zwei. Hier ist eine gelbe Murmel. Oh. Wow, Dino. Du hast zwei Murmeln hintereinander getroffen. Lass sie uns zählen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Hier ist eine orangene Murmel. Ist schon in Ordnung, Dino. Versuch es noch einmal. Hier ist eine grüne Murmel. Fantastisch. Drei Murmeln auf einmal. Lass sie uns zählen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Gut gemacht, Dino. Du hast alle Murmeln getroffen. Und wir haben so viele Farben gelernt. Sollen wir sie wiederholen? Lila. Lila. Gelb. Gelb. Grün. 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 Wir hatten heute so viel Spaß. Bis bald, Dino. Wir sehen uns. Bist nicht. Gauten. Bis bald mal was. Bildab, Dinos. Bis bald.